Der Vorschläge kommt mit 65.7 Sekunden. Last obstacle. Tor von Berge auf der 65.5. 85.7 Sekunden. Christoph Sandmann jetzt in drei Schulter Heuerhaus. Daumen hoch. Georg von Stein jetzt in den nächsten 2. 4. Und bei Weikern kommen eben auf Deutschland im nächsten 2. Hier Sparkassen-Tunnel. Komm! 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 Ah nehm. Vielen Dank.